Herzlich Willkommen eure Freunde zurück zu Ninjalla. Heute stellen wir den Schriftrollenklinge vor. Die Schriftrollenklinge, natürlich. Deswegen gehen wir direkt mal in ein Badge und ich hab auch ne SMS. Aha, schön. Tolle SMS, die kann ich später beantworten. So, gehen wir mal schnell hier in ein Lobby rein. Schnelles Spiel. Ja, okay. Alles in Ordnung. Battle Royale. War das vorher auch schon Battle Royale? Ich glaub schon. Es gibt auch Teamcampe, hab ich gesehen. Die können wir uns vielleicht dann später mit jemandem anschauen aus meiner Friendlist. Mal gucken, ob jemand Bock dazu hat. Äh, dann, ja. Gehen wir mal hier Vorbereitung treffen. So. Also wir haben das hier wieder. Dann haben wir hier unsere, oh, Kaugummi-Blase. Oh, Kuneis. Da kommt Kuneis raus. Okay, cool. So, sonst ist aber eigentlich alles normal, würd ich sagen. Ach, ne neue Ult haben wir, glaub ich auch. Ich glaub, wir kriegen wir jetzt aber nicht zusammen hier. Äh, im Dojo. Dafür ist die Zeit, glaub ich, zu knapp. Oder? Schau mal hier. Oh, ne. Ne. Ne, das war zu knapp. Leute, ich hab grad erst mal das Haus zusammengeschrien. Weil ich mich in Dead by Daylight total erschreckt hab. Ich war oben und dann sah ich von der Treppe aus. Hä? Unten war doch was, oder? Naja, egal. Das hab ich mir, glaub ich, eingebildet. So, dann geh ich weiter. Geh in den Raum rein. Und als ich dann den Raum wieder verlassen wollte, stand dann Ghostface vor mir. Ich hatte Panik. Panik, wirklich. Hatte echt Angst, gerade. Äh, so geht das. Hier, Ninjas. Hoho. Oh. Äh, nach unten. Super. Geil. Den haben wir. Und den haben wir auch. Geil. Haben wir direkt schon mal zwei hier weggeklatscht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Egal. Wir machen den hier mal eben Platz. Oh, da ist jemand. Oh, 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 oh. Super, super. Sehr gut. Oh, oh. Und. Ah, 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 ah. Oh, okay, das war's für mich. Das war's für mich. Aber wir haben schon mal zwei Kits gemacht. Das ist auch gut. Oh Gott. Hallo, Mülleiber. Hä? Das ist doch hier ein Witz, oder? So, jetzt aber hier. Komm. Oh Gott. Was ist das denn jetzt hier? So eine Schockwelle oder sowas. Krass aus. So, jetzt. Hallo, ich will auch mal hier kämpfen. Danke. So, weg. Weg mit euch. So, weg. Weg, weg, weg. So, jetzt haben wir die Ult. Äh. Müssen wir gleich mal schauen, wo wir die einsetzen. Oh Gott. Nee, vielleicht bei ihm nicht. So, weg mit dir. Ist er weg? Nee, er lebt noch. Oh Gott. So. Er ist nur da oben, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wo ist er? Da ist er. So. Oh, schade. Oh Gott. Na unten, na unten. Ah, kacke. Das war... Falscher Angriff. Perfekt. Und weg mit dir. Sehr gut. Sehr gut hier. So. Dich... Dich mache ich ja auch noch fertig hier. Denn du scheinst irgendwie da einzukönnen. So. Und hier. Haben wir den nächsten Gegner. Oh Gott. Ich glaube... Der... Der macht mich aber fertig hier. Falscher Angriff. Oder doch nicht. Loll. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh. Jetzt bin ich aber weg. Da hatte ich kein Leben mehr. Da hatte ich kein Leben mehr. Ich muss aber sagen, es läuft echt ganz gut für mich, oder? Also, ich würde schon sagen, dass das ganz gut hier für mich läuft. Äh... Hier ist irgendwie... Ach, da hinten sind die. Okay. Naja. Machen wir erstmal den Abfeder weg. So. Und... Ah. So. Jetzt habe ich noch eine bessere Waffe. Jetzt können wir auch das hier einsetzen. Oh. 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 Habe ich... Nice. Habe ich wegbekommen. Sehr gut. Sehr gut. Wo... Wo es... Ach, da sind die Leute. Okay. Dann... Wollen wir da... Uns mal wieder da ins Getümmel stürzen. Oh Gott. Ich wurde hier gelähmt. Das... Das finde ich jetzt nicht so cool. Alter. Wie... Hä? Wie fährt er denn davon? Das ist doch ein Witz, oder? Weil ich meine... Ich bin hier die ganze Zeit elektrisiert. Ich kann gar nichts machen. Alter. So. Und weg. Oh Gott. Er hat mich hier ja weggeschossen. Das war schon... Hart von ihm. Das muss ich ihm lassen. So. Weg mit dir. Äh. Ich glaube... Ne. Hier. Mach mal das hier bitte. Okay. Daneben. Naja. Egal. 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 Hm. Ah. Zweiter. Vielleicht werden wir nur Erster mal schauen. Kontrollmaster ist. Kontrollmaster ist. Oh. Ne. Werden wir nicht. Er hat jetzt schon den Bonus bekommen. Schade. Und den Bonus kriegt er auch noch. Okay. Verdient. Mit seinem Elektrohammer. Das war schon hart. Zumindest hart für mich. Erster. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen direkt in die nächste Lobby rein. So. Tududum. Der Shop ist hier ein bisschen seltsam. Deswegen. Weiß nicht. Ich hoffe der wird noch geändert. Der gefällt mir so irgendwie gar nicht. Deswegen zeige ich es dir nicht. Tudududum. Ah. Sind wir wieder im Dojo. Ach. 8 von 8. Das ist ja super. Ich gehe da schnell. Aber es liegt gerade. Ne. Oder die Lobby ist schon fertig. Das kann auch sein. Ne. Ne. Die Lobby scheint noch nicht fertig zu sein. BAM BAM BAM. Na. Oh. Jetzt ist sie fertig. Jetzt ist sie fertig. Mal gucken ob wir wieder Platz 2 werden. Mal schauen. Mal schauen. Es läuft eigentlich ganz gut das Spiel. Für mich. Oh. Eine andere Map. Oder? Oh. Wirklich eine andere Map. Oh. Oh. Okay. Die Map kenne ich ja noch gar nicht. Aha. Uh. Uh. So. Hier. Hier ist der erste Kampf. Da unten. So. Und nach unten. So. Nice. Sehr gut. Oh Gott. Vollkommen daneben. Ah ja. Der hat mich down gemacht. Der hat mich down gemacht. Oh Gott. Man kann da hochlaufen. Okay. Dann laufen wir auch mal dahinter her. Denn. Wir wollen ja irgendwie hier auf die Straße kommen. Da geht es nicht her. Da aber. So. Bam. Bam. Oh. Hallo. Lauf doch nicht weg. So. Oh. So. So. Jetzt. Ah. Okay. Nice. 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 Sieht gut aus. Und. 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 Sieht echt gut aus. Kommt. Nice. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich weiß aber überhaupt nicht. Nee. Da unten. Die da oben. Ich weiß es nicht, Leute. Da war glaube ich einer. Da ist irgendein. Da ist einer. Oh Gott. Nice. Den haben wir. Den haben wir. So. Du. Geh es mal weg. Super. Super. Also unten ist auf jeden Fall auch ein Feld. Cool. Sollen wir mal runter gehen. Ich sehe hier gerade. Oh. Da war einer. Oh. Hier. Sehr schön. Aber hier unten ist niemand. Ah. Doch. Da. Hallo. Bleib mal hier. Oh. 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 Scheiße. Kacke. 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 Bleibt hier, Leute. Und. Oh Gott. Bin voll falsch. Oh. 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 So. Komm. Hallo. Bleib. Bleib hier. Ah. Ah. Oh. Kacke. Das ist gar nicht gut. Ist nicht gut. Zur Seite. Schade. 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 Schokolade. Oh. Die Punkte sind hier aber nicht ganz so gut. Das. Muss ich zugeben. Ja. Da komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Was ist denn hier welche? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da oben. Scheiße. Nicht. Nicht. Ja doch. Bisschen getroffen. Aber leider nicht allzu viel. Ja. Auf der Map. Die Map ist ein bisschen blöd. Finde ich. Also zum Kämpfen finde ich die nicht so cool. Denn. Man sieht hier irgendwie gar nichts. Na ja komm. Dann besiegen wir den jetzt zumindest noch. So. Vierter. Okay. Immerhin Leute. Immerhin. Ich glaube Punkte können wir nicht großartig erwarten. Denn irgendwie haben wir hier gefühlt gar nichts gemacht in der Runde. Oh. Shadow. Okay. Boah. Hat der viele Punkte dazu bekommen. Ja toll. Fünfter. Super Leute. Dann würde ich sagen das war es mit. Von diesem Part mit. Äh. Ninjala. Man bekommt hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und wir können mal in die Missionen hier reingucken. Fortschritt. Okay. Okay. Keine Ahnung. Verstehe ich eh noch nicht. Okay Leute. Das war es dann mit Ninjala. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Aha Kamito. Haut rein. Und ciao. 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 Ciao.